Der innenpolitische Druck ist groß. Wir sehen viele Demonstrationen in Israel, aber offenbar gibt es nun auch innerhalb des israelischen Militärs Stimmen, die lauter werden, die nun am Erfolg dieser Mission im Gazastreifen auch zweifeln, weil die sagen, da kommt auch nicht mehr so viel bei rum wie noch in den ersten Wochen und Monaten. Wie geht es da nun weiter? Ist das zu empfehlen, das so weiter fortzusetzen? Vielen Dank. Das israelische Militär ist sehr gut in Lagebeurteilung und Empfehlung, was weiter zu tun ist. Und dann muss die Politik, wie bei uns ja auch, entscheiden, wie weiter geführt wird. Ich vertraue hier sehr in den israelischen Generalstab, sehr, sehr fähige Generale und Teilstreitkraftkommandeure. Vielen Dank.